Güler Lorand, Juelora N.T., gebürtig Güler Lipovics, war ein ungarischer Fußballspieler und Trainer. Spielerkarriere Lorand begann 16-jährig bei Koschegi Seed, dem in seinem Geburtsort ansässigen Verein, mit dem Fußball spielen und wurde zwei Jahre später zur Saison 1942-43. vom Erstliga-Aufsteiger Halada Sombaté verpflichtet. 1943-44 wechselte er zum Nagivaradi AC, mit dem er am Saisonende Meister wurde. Über Nemseti Vazas 1944 kehrte er zum Nagivaradi AC, der sich zwischenzeitlich in Liberteti Oradia umbenannt hatte, zurück. Die Saison 1946-47 spielte er für den aus der rumänischen Statura stammenden Uta Arad, mit dem er am Saisonende die Meisterschaft gewann. Von 1947 bis 1950 war er für Vazas Budapest, von 1951 bis 1956 für Honft Budapest und für eine Spielzeit für VACI Vazas aktiv. In der Mannschaft von Honft Budapest spielte er unter anderem mit Stars wie Verenig Puskas oder Josef Boschik zusammen. Von 1942 bis 1955 bestritt er 42 Länderspiel für Ungarns Nationalmannschaft. Der erste Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn der Olympischen Goldmedaille 1952. Er absolvierte 1954 fünf Spiele in der Abwehr der Nationalmannschaft Ungarns und zählte zu den Spielern, die im legendären Finale der Weltmeisterschaft 1954 in Bern der Auswahl Deutschlands unterlagen. Trainerkarriere Im Dezember 1963 verließ er Ungarn und wechselte nach Deutschland, wo er von 1964 für den Reiterspielverein beginnend, bis 1974 für den 1. FC Kaiserslautern, für den MSV Duisburg, für Tasmania, er 1900 Berlin erneut für den 1. FC Kaiserslautern, für den 1. FC Köln, für Kickers Offenbach und für den Freiburger FC als Trainer tätig war. Danach nahm der die Train-Erstelle beim griechischen Erstligisten P.A.O. Kasaloniki an und führte die Mannschaft 1976 zur Meisterschaft. Anschließend kehrte er nach Deutschland zurück und war im selben Jahr für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt tätig. Noch vor Ernst Tappel beim Hamburger SV war er der erste Trainer, der die Raumdeckung in Deutschland einführte. Er ließ dieses System bei Eintracht Frankfurt und später beim FC Bayern München spielen. Zunächst setzte sich die Raumdeckung in Deutschland nicht durch, heute ist sie Standard im Weltfußball. Im Dezember 1977 erfolgte ein einvernehmlicher Ringtausch. Lorand wechselte für Deltmar Kramer zum FC Bayern München, dieser zu Eintracht Frankfurt. Nachdem Lorand mit den Bayern die Saison 1977-78. als zwölftplatzierter Abschloss wurde er im Dezember 1978 beurlaubt. Sein letzter Verein, den er in Deutschland betreute, war 1979 der FC Schalke 04. 1980 kehrte Lorand nach Saloniki zurück, wo er seine größten Erfolge gefeiert hatte. Im Frühjahr des folgenden Jahres erlitt er bei einem Spiel seiner Mannschaft gegen Olympia Kospireus auf der Trainerbank einen Herzinfarkt. An dessen Folgen er starb. Erfolge Nationalmannschaft Vize-Weltmeister 1954 Vereinsebene Ungarischer Meister 1944 mit 1952-1954-1955 Rumänischer Meister 1947 Als Trainer griechischer Meister 1976 mit PAOK Saloniki